Die Füße kriegen wir noch ausgemacht. Warte mal. Warte mal. Nächstes Leben lang, darfst du mit dir an? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Knie. Warte. Jo. Geht? Ich weiß nicht, was ich für den Knie machen soll. Ich habe eine Pause drin. Ja, weiter. Ach so. Ja. Andere Seite nochmal. Oh. Schon schon. Ich habe gar nichts gemacht. Warte mal. Ja. Ich stehe schon. Das sieht aus wie der Oma in so einem Seitendruck. Aber ich stehe die Knie zu gerade. Und richtig dran. Okay. Ich versuche nur noch ein bisschen. Ja. Hast du das? Ja. Ach so. Das ging. Gut. Oh mein Gott. Passt. Ja. Ja. Es sieht gut aus wie der Oma. Ja. Es sieht gut aus wie der Oma. Halt mal schön hinten. Ja. Halt mal schön hinten. Ja. Halt mal schön hinten. Hast du den hier ausgemacht? Kannst du dich schützen? Ähm. Ich lasse ich Ihnen jetzt nicht. Du bist aber auch so. Ja. Drei nach vorne. Ja. Erstmal geradig aufstellen. Vorweilen. Wie gerne? Ja. Ich habe mich schon wieder vorne. Wollte schon noch etwas getreten? Ich gehe hin. Sehr gut. Oh verdammt, da muss ich mich drauf vorbereiten, du stinkerst doch nicht. Genau. Super, wie die Zeichen vor mir. Hast du das gesehen? Nein, die rutscht da ganz alleine rein. Andere. Genau, du bist zurück. Oh warte, ich muss kurz so. Wir haben auch schon mal. Okay, einmal machen wir das noch? Boah, ich stutsche mehr. Ja, gerne. Das geht zur Seite. Wie schaschen besser. Entschuldigung. Geh, halb aufs Herz. Zieh ich zurück? Zieh ich zurück? Zieh ich zurück? Ja. Alter, Abheilung. Ja. Gut, gut. Jetzt nimmst du mal deine Arme nach vorne. Ja. Genau. Und du schiebst mit dem Recht an den linken Arm auch so ein bisschen mit nach vorne. Du willst dich jetzt nach vorne ablegen? Nee, ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze einfach aus. Ja, aber. Ja. Und dein Kopf wirst du auch schön mit ein. Geht? Ja. 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 So schwitze. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und jetzt setzt du dich mal wieder aufrollen. Ich schwitze. Ja. Ja. Warte. Ja. So. Super. Sehr gut. Und jetzt würdest du dir mit den Händen an deinen Hintern verpflegen. Überlegst du noch, ob du es leicht ist? Ob ich schärfe? Oder? Ich hab dich. Das ist korrekt. Wenn du schon passiert. Mhm. Ja. Jawohl. Und jetzt würdest du dich, okay? Und du solltest mich nicht halten. Brust raus. Ja. Ja. Das ist richtig schön in die Streckung und das ist nicht schwer. Ja. Geht? Und jetzt würdest du den Bogen noch dran? Und guck mal, so wie bei den Füllen ist, kneiken wir uns mal wieder. So wie ihr könnt bleiben. Okay. Boah! Du bleibst trotzdem noch ganz aufrecht. Natürlich. Arm legt hier. Ja, gut. Okay. Jetzt kannst du den rechten Arm unternehmen. Wir bleiben aber trotzdem in der Strecke. Du legst dein rechten Arm unter den Hauch. Ja, jetzt legst du das Auge hoch. Oh mein Gott. Auge hoch. Das ist so geil. Spaß jetzt. Das findet sie gar nicht toll. Ja. Ah, das ist ein Lachen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und. Gut. Und jetzt kannst du noch aufbieren. Also ich habe jetzt eine Stunde Drehung. Ich kann es ruhig dabei. Ja. Soll ich dir was geben? Ich habe vier. Ja. Schau wirklich hoch. Groß, ne? Ein. Das muss ich ja auch überstehen. Ja. Zum Treten. Und. Das ist doch mal was. Das ist doch ein bisschen. Äh. Nur mal diesen. Ich falle gleich. Das macht noch ein Schuss. Ne. Das ist doch anstrengend. Das gehört mit zur Therapie. Ja. So eben. Weiter geht's. Jetzt. Hand wieder aufs Herz. Mit rechts. Und hier auf. So. Und jetzt drehen wir uns. Geht das so? Ja. So. Das tut mir leid an, wenn die Stütte. Nein, alles gut. Zur Mitte. Den Arm hast du ja eigentlich gut selbst unter Kontrolle, ja? Dann bekomme ich mich auf jeden Fall. Ja. Dann geh ich nicht dazu. Geht? Ja. Kommt her. Störe ich? Nein. Arbeitsschutz, ja. Darf ich schon bestehen? Nein, das ist nicht. Opfer muss man bringen. Ja. Okay, dann kannst du ja auch gehen. Bitte. Jetzt lass dich noch mal nach vorne halten. Also so weit es geht, krabbelst du mit deinen Armen nach vorne. Ein Punkt. Nein, zwei, drei, 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 drei. Kippe. Mh. Mh. Zieht jetzt, oder? Nein. Ach, vorne noch? Genau, vorne durch. Genau, schon wieder stehe ich mein Arme zu draußen, vielleicht eben. Stehen wir nicht die ganze Zeit. Na ja, aber aufrecht. So, jetzt der Arm, geht hoch. Jetzt geht der Arm. Geht? Gerade hinstellen nochmal. Merkst du deine Beine gerade? Nicht nur die. Merkst du gerade alles? Hacken merke ich auf jeden Fall. Ja. Na knie und logisch, weil die von den Gegendrücken. Aber die Hacken, also Füße auf jeden Fall. Die merkst du. Ja. Ja. So. Was lassen? Falsch. Quatsch. Oh, ich bin welcher. Oh, ich bin welcher. Oh, ich bin welcher. Was zieht jetzt gerade her? Noch ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Weißt du ein bisschen mit? Das bin ich. Das bin ich nicht. Los, nochmal. Eins, zwei. Und. Wunderbar. Oh, eine, Alter. Ja, klar. Genau. Noch ein bisschen. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Wenn du jetzt gedacht hast, das ist schon fertig. Alter. Ähm. Also. Ich sag doch, dass ich das nicht habe. Oh, ja. Alter, aber das ist fies. Das ist schön. Das ist schön, Lino. Freut mich, wenn du dich freuest. Ja. Äh, was ist mit der Musik passiert? Bis ich auch nicht vor lauter Schreck ausgehen kann, einfach. So. Jetzt das Ganze mit beiden Armen. Rechts ist eigenverantwortlich. Dein Leben steht nur zum Schluss mit. Okay? Und los. Ja. Ja. Genau. Super, einfach. Super. Kopf gerade. Jawohl. Oh, Anna, das reicht. Ja. Okay, bleib mal. Versuch mal den Arm noch ein bisschen mehr zu strecken. Jawohl. Super. Super. Oh. Oh. Cool. Jetzt gehen wir hier mal ein Stückchen rüber. Und wieder zur Mitte. Oh. Ja. Ja. Hier rüber. Ich kann jetzt so hören. Alles gut. Und wieder zur Mitte. Den Arm nochmal strecken. Jetzt drehen wir uns nochmal. Und wieder zur Mitte. Und hier her. Und wieder zur Mitte. Jetzt nimmst du langsam deine Arme nach unten. Langsam. Okay. Und dann Lukas. Okay. Und durch. Alles gut? Ja. Gucke dort. Sehr gut. Ja, ich habe ihn. Hast du gedacht, du bist immer mal kurz? Ja. Soll ich drüben? Na, wo drüben? Alter, ich habe nur mit der Luft gekriegt. Aber Pekos, warum? Was sieht denn hier ab? Ach, wirst du das? Nein. Nein, ich bin wieder zu spitz. Ich bin wieder zu spitz, oder? Ich bin wieder zu spitz, oder? Das ist doch mal lange überlegt jetzt gerade. Lass es immer noch mal abnehmen und dann geht immer wieder in den Stift. Nimmst du wohl links? Was ist jetzt los? Bist du K.O., oder? Nein, ich schwitze. Komm. Komm. Und komm. Und komm. Und komm. Jawohl. Hier bleibst du an den Kopf noch mal schön einmal. Oh, ich verschwitze wirklich. Okay. Sie kann mal so machen, wenn du mir wollte. Eigentlich muss. Aber es wird schon viel besser. Das kommt schön. Okay. Und dann krabbel wieder zurück. Voll süß. So, jetzt möchte ich, dass du dich noch einmal richtig schön aufrichtest. Jawohl. Genau. Alter. Und? Alles gut? Ja, aber außer. Dass dir warm ist. Dann wollte ich sagen, Eva, gehen wir wieder zurück. Okay. Hast du gut gemacht. Gehen wir wieder zurück. Na, heute glaube ich auch. Oh. Weil es warm ist, ja? Ich kann ja nur dieses T-Shirt anziehen, Alter. Ja, so ist das bei dem Sport. Beim Sportschlips, ne? Das ist immer heute der Sportklopfer gleich so. Mhm. Okay, ne? Das ist das nächste Mal komm ich mit einem Bikini-O-Bahn anzu. Genau. Aber ich hätte gerne einen roten, bitte, ja? Ich habe nur, ich habe nur türkische Fangen. Das ist auch ein Fangen. So. Hilfst du mich jetzt? Ja. So? Ja. Und? Du sagst dann, dann stoppt und wenn ich stoppe. Genau. Und los. Sehr gut. Nicht runter. Ja. Mal halten. Das ist immer möglich. So. Der Rest? Ja. Prima. Alles gut? Mhm. Okay. Oh. Oh. Okay. Oh. Jetzt ist es natürlich gut. Der Tod drauf. Oh. 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 Mhm. Ja. Weiter. Oder wie wir eben ziehen erst die Wengel-Seite hoch. Ich gebe das dritte. Warte mal, du hast ja gesagt, hoch bis hier hinten. Ja, das ist schon mal gut. Drück mich mal noch mal nach vorne. Warte, erst in den Mittag. Oh, weiter. Sehr gut. Nun gucken. Ah, siehste. Prima. So Eva, was machen wir jetzt? Erst ein Stück zurück und deine Füße noch mal? Ja. Hinten einfach los. Ja. Äh, eins, zwei, drei. Och, das war halt. Selbst die Knüschten, ey. So. Jetzt wollen wir mich noch mal nach hinten. Ja. So, eins, zwei, drei. Okay. Geht? Ja. Ja. Ja, das machen wir ja nachher wieder. Ja. Natürlich auch gesagt. Ja. Na dann. Waren wir nach hinten. Super. Kannst du noch. Ja. 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 Aber ich fahre jetzt erstmal. Ein schön Stück von der Seite. Ja. Dann haben wir noch nicht wieder. Ja. Ja. Und was ist denn? Ganz schön. Sollen wir das mal hinten oder? Ja. So, soll ich noch nach vorne kommen? Nein, wir machen... Rechts hin? Ja, unter zusammen gehen würde es. Ich glaube, rechts hin ist besser. Dann machen wir erst rechts. Ja. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Sag mal. Noch mal. Noch mal rechts hin? Mhm. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. So. Und. Passt? Machst du nur noch mal die Hosen ein bisschen... Hier so drüber? Ja. So. Ja. Und schon wieder runter. Ja. Ist schön weit. Andere Seite auch? Äh... Bitte. Das mache ich ja leeren. Schön. Da komme ich hin. So. Was sagst du? Oh. 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 Aber jetzt kurz. Ja. So. Ich kann mich, äh, verziehen. Die Nude. Hier. Muss ich hier am Stopp drücken? Ja. 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 Wow.